so ich glaub wir haben den schon mal erledigt als zumindest ich offline waren dann schon so ein dicker und halt zwei kleine oder drei kleine du warst es oder du hast das große monster geplattet ich wusste es doch ich habe natürlich immer gesehen wie jemand mit dem monster gekämpft hat und dachte mir schon dass du das bist toll 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 und ganz lieben dank ich hatte ja solche angst vor dem monster bin ich noch klein also habe ich kein geld aber zusammen ist doch sicher das ist ein treuer preis zwei vielen dank so aber wenn wir hier noch dieses eine oh Moment erkläre ich dir du kannst du das Geschirr z hast du ein Ferdes im Geschirr angehört kannst du das Lasten spannen zum Beispiel einen Wagen oder einfach etwas das du irgendwo hin transportieren möchtest Moment, überzei ich aber okay äh okay danke danke für dein geschenk äh er ist da unten da war der er ist da unten was sind das für Teile da? was ist das? das Lenkrad ach das sind Ersatzteile für Auto ja wird unsere Reise erleichtern aber wir müssen das Pferd mal holen ne also sehen wir was dann gelocht sooo ich hab einen neuen Stall gefunden das Pferd das keine Ahnung stand da einfach hab's dann abgeholt sooo oh 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 danke dass du unsere Stelle nutzt äh diese erste Besucher achso dann krieg mal pro Stall einen Treuepunkt okay oh oh du scheinst am Wildpferd gefangen zu haben möchtest du erst registrieren? ja sehr gern bitte wir prüfen nochmal ob dich hier erst richtig gefährt ist oh zahlen schon Bienen doch einen Moment kostenlos okay oh 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 wieder einen Treuepunkt bekommen lass uns zu registrieren beginnen bitte gib äh Namen für den Pferd ein boah wie lame das hier aussieht ne äh Gandorf keine Ahnung ne warte scheiße Ferrari das Ferrari ja Ferrari ist das hilft ja fährt mit ihm hat das hier nen Sattel schon? ah wir werden jetzt hier auch schon abgeschossen nö das war ja für ja kann ich auch nicht schweifen ist ganz schön ich habe auch viels gesehen hier diesen Hund Leier Eieieieieieiei Eieieieieieieieieieieie Dreckiger Hund So, Dein Stall, neues... Glück Ja, hier war er auch War da auch irgendwo Teddy von terry war ich dachte der verkauft ja die edelsteine weiß das wir haben kaum kohle und ich brauche ja verteidigung deswegen müssen wir ja die steine ja ja schade nein da war noch was reise müh ist ja voll für den arsch so hier war noch opal wo ist das kein opal aufgelistet hier alle ja das genügt erst mal hier nochmal rein pferdegoltsstopf pferdegoltsstopf automatisch was los so jetzt muss aber gucken da ist ein schrein oh nein wollte ich gar nicht los du drei rechts äh wo ist da der hund oh wir sind ja schon vorbei da ist ja voll gelohnt und fertig tachioio da ja schreien tachioio ta 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 warte mal was passiert hier form in balance heißt was wir müssen auf jeden fall wieder damit arbeiten in welchem ich gehe fest warte mal warte mal äh ja hat gemacht super Kann man sich festhalten da? Ah! Muss das so, oder? Ja. Jetzt haben wir zwei Dinger. Ist hier was in Wasser? Man weiß ja, die Dreckse können verstecken alles. Weil ich inzwischen... Okay. Okay. Also, ich muss... Ob ich die verbinden muss? Ja, ne? Ja. Jetzt mal hintereinander. Ja. Ah, das freut da runter. Oh... Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, aber wenn das doch im gleichen Das gibt es echt nicht Das gibt es echt nicht Das gibt es echt nicht Ja, dann mach mal so Äh 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 Das ist nicht Jetzt komm schon schnell dran Geht das so schon Geht das so schon Geht Junge Junge Okay, das ist easy Wenn wir in dem Platz sitzen, ne Ah Das hier Kruppel ist Teil Ja Muss aber irgendwo an der Kiste sein, ne So So Das ist ein riesen Penis Das wollten sie doch, oder? Geht das so schön Da rüber kommen Ja Man könnte es doch einfacher machen Die anderen noch dazu tun Ganz langsam Ganz langsam Ganz, ganz, ganz Ja So Jetzt haben wir ein Auto bauen Da ist noch eine Tür, okay Dann habe ich gesagt, wer sucht's Nee, wir sagen kein Auto bauen Was ist los? Was ist los? Cool aus Was ist los? Was ist los? Was ist los? Das ist aber zwar die Truhe Stacheln-Shit Tu mir das weg Das ist nichts besonderes Vielleicht kommt das da hin Dein Locker Der Schleller Oh, ich gucke Ist falsch Ja, okay, dann sind wir es gleich Oh, ich gucke Ich habe hier diese roten Dinger gefarmt Im Lagerfeuer Die roten Schleime Oh, ich gucke Oh, ich gucke Ah, Scheiße Oh mein Gott Der macht einen One-Hit Okay, dann lass mal los ja wir müssen Rüstung holen wir gehen mal Rüstung holen und oder ich gehe offline Rüstung holen und dann sehen wir uns bald irgendwo weit wieder oder wir gehen halt die Kauquest nach. Das können wir auch machen. Alles bis gleich. Sooo da bin ich wieder. Wir kaufen uns folgende Rüstung für den... Das ist immer nicht mehr so schwach. Weil wir auch keine Kopfhördeckung haben. Das ist die erste Hülya Rüstung. Hülya. Hülya. Gucken. Kann auch glaube ich die Klamotten noch verkaufen. Ja da haben wir jetzt neun. Sehr geil. Da ist sie. Da ist die Spurdechse. Wo fang ich nur an? Ah komm. Egal. Die machen den Schrein. Rainder. Bei einem Schrein braucht man auch irgendwelche Fähigkeiten, ne? So. Nächster Dungeon. Wie viele Schreine sind denn hier? Jeden Tag, äh, jedes Mal sogar in einem anderen Schrein. Was ist denn die Schildtasche? Die können das aber auch upgraden, ne? Kann ich das hier machen? Achso. Aaaaah. Oh nein, das ist ein Bossfight. Oh shit. Die kennen auch noch die Schreine. Dieser Schrein läutert ein übel aus. Vergessenen Tagen. Du, der du suchst, folge unseren Anweisungen. Welcher Kopf wird einer schwung zur Seite aus? So anstand dagegen... Ähm, welcher Taste denn? Achso. Okay. Okay. Nein. Oh. Hopp. Hopp. Okay. Samy 2, 2, you know. Alright. Klasse. Ich kann es nicht sehen. Nach hinten aus, dass er die Hitche in der Gelegenheit für einen Gegend darf. nach hinten nice okay gleich schnell prinzip alles klar ich habe hier zum richtigen zeitpunkt einen angrafen wo ich schild ja zl ne ja und dann ah ok hab doch Das shit steht So Den hier Mann Der war schönes Excited Penner Ja Ok Jetzt geht man ja Ein schönes Schild kaputt Der war 20 Wie kann das so schnell kaputt gehen Alles habe ich gemeistert müssen Ich muss das hier nehmen Ich wollte es eben upgraden Jetzt habe ich so einen Buckel darauf Ach hier ist noch Kiste Ok Wollte ich es zu suchen Ich glaube hier gibt es auch nicht so viel zu suchen Sonarium Schwert Kann ich jetzt zum Beispiel Kann ich jetzt zum Beispiel Ich kann nicht Nochmal upgraden Warte mal Hier ist auch noch was Bei Warte mal Nehmen wir auch hier so Gegenstände Hier legen wir hier so einen ab Ist das besser? Nö Aber das alles ist zu lang Ich kann die Dinger auch wieder entfernen Ich kann die Dinger auch wieder entfernen Hab ich gesehen Aber ist egal Wie erst? Achso ja schon Die anderen sind ja gelöscht ne? So Draußen sind wir Das ist aber wirklich schnell Das ist scheiße Reiseschild Ja Lass mal doch Ein paar Guck ich kann die Synthese rückgängig Aber dann bleibt es auch weg Dass man die nicht in Inventar so kombinieren kann Das ist Kacke Hm Wann bist du ins Schloss zurückgekommen Da stehe ich die ganze Zeit hier als Waffe Und kriege trotzdem nicht mit wie du hier rummarschierst Puh wie es scheint habe ich noch Eine ganze Menge Training vor mir Hm Okay Ich werde in das Schloss rein Aber Ist es nicht das Finale jetzt? Ah ne wir haben ja noch Wenn das jetzt das Finale ist ne Ich kann gar nicht schreien Wie da zu Wie da zu Wie da zu Ja Pferde rufen Klappt ja echt gut Und da kommt es nicht immer Und ich sag mir nicht das Pferd ist nur hier Ja Das ist doch nicht normal Ey Warum bleibt das Pferd denn da? Wenn man das beruft dann kommt es auf einmal Das ist scheiße Das ist scheiße gemacht Ja Ja dann würde ich sagen Sehen wir uns gleich wieder Sooo Wir gucken mal in ein paar Koks Deswegen Haben wir hier direkt in den Mitteln rum Ein Krok Wunderbar Oh So ne Trüge Okay Okay Hup Interessant Schmeine Junge hier schlägt nochmal Oh Hier ist auch einer Aber die ist auch einer Oh Oh Da sind ja eh schon Pferden ne Warte ich Wollen wir die weit gehen Saphir Okay Das ist eine Truhe oder Oh red Okay Jupp Die sind jeweils verstreut Ich bin gerade hier mit meinem Metallsektor hier ein bisschen rum gegangen Ja das ist ja Jungen die sind jeweils verstreut Jupp Muss ja jetzt drauf kommen Muss ja jetzt drauf kommen Ist aber nur im Laufen gehen Ist aber nur im Laufen gehen Okay Da ist ne Truhe Pfff Hup Da ist auch eine Truhe Aber die ist nicht vergraben Pfff 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 Sammelbaren, dann werden wir uns bei irgendein Querspischung sehen oder bei, ja, mal schauen, was mich einfindet. Bis gleich.